German ist heute in der Main-Metropole Frankfurt. Ich bin gerade am Hauptbahnhof angekommen und werde heute zwei Städte-Guels der ganz besonderen Art treffen. Celo und Abdi. Außerdem werde ich die zwei heißesten Ladies der Stadt treffen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Schwester Eva und Namika. Hallo, ich bin Claire. Hey, alles klar, wie geht's dir? Ja, gut bei euch. Herzlich willkommen im Frankfurter Main. Vielen Dank, sehr einladend. Wir gehen jetzt da hoch auf den Main Tower. Wart ihr da schon mal um? Ich war ehrlich gesagt noch nie da oben als Frankfurter. Also durch Rap komme ich jetzt auf den Main Tower endlich. Okay, ich bin gespannt. Ich habe ein bisschen Höhenangst. Ja, aber das ist locker. Ich habe auch Höhenangst, aber da oben krieg ich keine Höhenangst. Wollen wir los? Komm. Auf den Turm. Ihr müsst mir über die Straße geleiten. Kein Problem. Und nur geile Autos. Das ist die ganz neue C-Klasse. Und das dann? Das ist ein Roller. Wo das Geld ist, da sind die Autos. Da, wo die Autos sind, ist das Geld. Wir drehen uns jetzt vor. Was habt ihr so in den Taschen? Jetzt kommt alles ans Licht. Wofür benutzt du die? Fürs Gesicht. Ach, deswegen siehst du so jugendlich aus. Wie hoch ist das jetzt? 470 Meter. 470? Ja, mit Stange hoch. Also ich tipp auf 200. Nein, 380 mit Stange, mit Antenne. Warte, wir checken das mal. Ich glaube, wir sind gleich da. 190. Ich glaube, wir sind da. Plus Stange. Guck mal, Claire, das ist meine Stadt. Das ist Frankfurt. Guck mal, das ist Bornheim. Siehst du diese grüne Hochhaus? Ja, das da. Da fängt Bornheim an der Höhenstraße ungefähr. Also so ab dieser Grünanlage da geht's los. Das ist ganz Bornheim. Und Goldstein? Goldstein ist auf der anderen Seite. Echt? Komm hin. Da hinten ist ein bisschen weiter weg als Bornheim. Siehst du diesen langen Schornstein da vorne? Den da hinten, ja. Das ist das Claire-Werk von Frankfurt? Das Claire-Werk. Ich heiße Claire. Bitte? Ich heiße Claire. Das Claire-Werk. Du wohnst da? Ja. Genau, im Claire-Werk. Und ich repräsentiere ja den Stadtwald. Und wie man ja unschwer erkennen kann, ist das da alles Wald. Bei uns ist die Luft auch viel frischer als hier in der Stadt. Es ist auch immer ein paar Temperaturen kälter. Ja. Also heute Morgen bin ich so um 5 Uhr morgens von der Stadt nach Hause gefahren mit dem Taxi. Und dann merkst du schon so, wenn du so in Goldstein fährst, dass so die Scheiben beschlagen sind. Weißt du? Da ist es einfach kälter, ja. Echt? Krass. Aber du kommst ja von da. Ich bin von Osten. Von da. Wie habt ihr euch denn kennengelernt eigentlich? Hier zentral. Hier gibt es die Straßenbahn, die fährt gerade vorbei, guck mal. Da, die Zwölf. Ja, die Zwölf. Die verbindet euch? Die kommt von Bornheim, die fährt durch die ganze Stadt bis nach Goldstein. Ah, okay. Und ihr habt euch in der Straßenbahn getroffen? Nein, das ist nur die Metapher dazu. So, was machen wir denn jetzt? Wir machen, was du willst in erster Linie, weil du bist unser Gast. Was dein Herz begehrt, das machen wir. Dann lass es ein bisschen rumlaufen. Das machen wir, okay? Ja. Unterwegs stockt Abdi bei einem Tourplakat, das ihn angeblich nur wegen des 190er Mercedes-Benz darauf beeindruckt. Ich habe da aber noch eine ganz andere Vermutung. Amore ist so deins, Abdi? Bist du so ein Herzenstyps? Krass Frage. Ja. Du bist schon so ein Romantiker, oder? Ich kann es dir so direkt nicht beantworten. Das muss die Person, die diese Romantik zu spüren bekommt, entscheiden. Ob ich Romantiker bin oder nicht. Weißt du? Aber ich denke mal, in jedem Menschen, in seinem tiefsten Inneren, mag die Schale auch so hart sein wie, keine Ahnung, wie Titan. In jedem steckt ein. Aber wir sind ja Dichter, Poeten, also sind wir auch automatische Romantiker. Ja. Ein richtiger Mann, der will auch mal von seiner Frau in den Arm genommen werden, oder? Merkt euch das. Yes. Wie heißt dieser Park hier? Taunusanlage. Ja. Taunusanlage. Wurden früher Drogen verkauft, Drogen verzehrt, konsumiert. Verzehrt, find ich voll nett. Boah, verzehrt, find ich voll ekelhaft, Hannah. Hier war sozusagen ein Pilgerort in der Heroin-Szene. Und seit wann ist das quasi nicht mehr so? Bis Anfang der 80er, sagen wir mal, war das eine Sammelstelle. Und das war extrem viel. Also man konnte... In den 90er Jahren war es richtig krass. Ja. Wenn du hier gelaufen bist, hier saß einer, da saß einer. Hier haben die ganzen Bänke sind ja weg. Ist ja alles weggemacht, ne? Dank Fixerstuben wurde das Drogengeschehen im Park dezentralisiert. Heute gleicht die Taunusanlage einer Ruhe-Oase. Guck mal ein Eichhörnchen. Oh. Da kommt wieder der Romantiker an dir hoch, ne? Unser Spaziergang durch die Frankfurter Innenstadt führt uns vorbei an der alten Oper, über die Freskas zur Hauptwache, wir werden kurz von einem Maultier abgelenkt und erreichen schlussendlich die Einkaufsmeile Frankfurts. Sind wir jetzt auf der Zeil? Wir sind auf der Zeil. Spätestens hier bei Galeria Kaufhof fängt die Zeil an. Ihr habt diese Passage-Hauptwache. Hier habe ich auch früher meinen Tag gestartet, wenn ich so in die Innenstadt gekommen bin. Bin ich erst mal zu Kaufhof gegangen. Unten ist die Parfümerie, da habe ich geduscht, in Anführungszeichen. Geduscht. Da hat man sich Roma geschnappt. Da hat man sich erst mal frisch gemacht. Man weiß ja nicht, auf welche Damen man trifft zum Beispiel. Ja, verstanden. Und heute ist Samstag, mega voll. Merkt man, ne? So, Konstabler Wache. Ja, Konstabler Wache. Ja, das ist so ein Platz, wo ich unter anderem groß geworden bin. Wo ich schon viel Jugendzeit verbracht habe hier. Das hier ist auch ein wichtiger Ort für euch. Habt ihr schon öfter Musikvideos gedreht, ne? Hier haben wir unter anderem das Intro gedreht vom Hinterhofjargon. Halt die Fresse war das. Im Rahmen von Halt die Fresse. Ja. Das ist so ein Internetportal auf anruh.tv. Das ist vielen ein Begriff. Und ja, vor allem One-Take-Videos haben wir gedreht mit den ganzen Jungs. Wie viele Klicks hat es ungefähr, meinst du? So fünf Millionen oder so. Echt? FFM, Tijara effizient. Frankfurt, Goldstein represent. Dieser Rapper, den sogar dein Daddy kämpft. Al-Qaida-Camp, ich bin ein Haftis-Gang. Hennessy und Jack Hayes, Fanatics. De Hugo und Ara, auf der Street-Twee Classics. Kripo, Hessen und Sechstes. Jungs, habt ihr auch so viel Hunger wie ich? Boah, aber wie? Guck mal, wenn ihr Bock habt, ich empfehle euch die Spezialität meiner Heimat. Das sind Chewapcici mit viel Zwiebeln und Kaimate. Ja, okay, dann lass Chewapcici essen. Wo? In meiner Heimat, in meinem Barrio, Bornheim. Chewapcici Una. Ja, dann lass los nach Bornheim. Essen fassen oder wie du sagst, verzehren. So, jetzt sind wir in deiner Hood. Yes. Und Una-Grill kommst du wie oft? Mindestens einmal die Woche. Mindestens einmal die Woche. Mindestens einmal die Woche. Aber ist für dich auch Heimat, oder? Chewapcici? Auf jeden Fall. Das gibt so das Heimat, also von ganzen Stress und so, kann man dann hier so abschalten und dann hat man so einen Moment Gefühl von Heimat, von Ruhe. Weil man in der Heimat ist es halt anders. Mal zehn? Ja, hier. Bitte schön. Danke. Noch einmal zehn? Das ist Chewapcici? Das ist Chewapcici. Und was ist das? Pleskavica. Pleskavica? Pleskavica. Pleskavica. Plesis. Plesis. Guten Appetit. Guten. Lass es euch schmacken. Nach dem Essen ist Abdi auf einmal verschwunden. Er taucht kurze Zeit später wieder auf mit einer kleinen Überraschung. Tschüss. Ist der immer so? Hm? Ist der immer so? 100 Pro. Ja? Dankeschön. Ihr müsst jetzt los, aber wir sehen uns wieder. Ich erwarte dich bei mir in der Hood. Wir sind jetzt hier bei meinem Partner und Bruder Cello 385 in der Hood. Wir waren jetzt hier auch schön essen. Bornheim, Bornheim, 385 x 85, jetzt 529, Junge. Dann treffen wir uns da wieder. Die 12 kommt, ich muss mich beeilen. Also ich muss in die Limousine kommen. Tschau. Später. Ähm, ich esse jetzt Eis. Im zweiten Teil zeigt mir Abdi seine Hood Goldstein. Zusammen mit seiner Kindheitsfreundin Namika schwitzen wir bei einer Partie Fußball. Außerdem mache ich mit Cello das Frankfurter Nachtleben unsicher und Schwester Eva füllt mich in ihrer Bar. Dann geht's auf nachher. Dann geht's auf bei Cello die